Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Blaze Worma Ultra D World mit mir eurem Mastoff und wir gehen mal hier zu dem komischen Ding, auch Klauenmünze, ja, und gehen ins Casino da rein und schauen was das hier bedeuten soll. Ja, spring gegen die Blöcke und reihe identische Bilder aneinander. Wenn du Glück hast, kannst du bis zu 770 Münzen gewinnen. Pro 100 Münzen, die du einsamst, hättest du einen zusätzlichen Versuch. Achso, hä? Zack. Toll. 10 Münzen bekommen trotzdem. Oder habe ich verloren? Okay, dann haben wir das auch mal gemacht. Ich war aber nicht sehr gut drin, wie es aussieht. Ja, die muss man immer im Blick haben. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja, machen wir als nächstes diese Welt, oder? Zur Welt 1-4. Oh, ich habe 1-5 schon gemacht, ohne 1-4 zu machen. Wasserspaß mit Plessy. Why not? Komm, komm, komm Wasserspaß. So. Ist das Plessy etwa? Ähm. Wirst du mit mir reden? Ja, selber schuld. Rede auch mit mir. Rede mit mir. Rede mit mir. Rede mit mir. Reite auf Plessy zum Ziel. Bewege L oder linken Analuxic oder Stahlkreuz nach oben, um zu beschleunigen. Nach unten, um abzubremsen. Drücke B oder 2, um zu springen. Wenn du gemeinsam mit anderen springst, Spiele... Springst? Wenn du gemeinsam mit anderen spielst, springt Plessy höher und bewegt sich schneller, wenn alle Spiele mithelfen. Bereit dann los. Nein. Okay, die Musik hält auch wieder. Okay, das war ein Stern, oder? Den ich knapp bekommen habe. Oh, oh. Rote. Ja, Winsen. Shit. Na ja. Da war glaube ich auch ein Stern, oder? Hm. Wir geben da diese Route. Voll geil. Was ist das Spaß? Wie kannst du mal dein Leben? Oh, noch mehr Speed, was ich verpasst habe. Okay. Hm. Oh, oh, oh. Nein. Oh. Da ist nochmal ein Stempel, toll. Und tot. Ja, das war nicht so gut von mir. Okay, Plessy. Komm, wir schaffen das. Äh, links, oder? Ja, der ist links. Okay. Wir schaffen das. Nicht wahr, Plessy? Wir sind die Nummer 1. Tadaa, unser erster Stern. Oh, da ist eine Höhle. Wir sollten vielleicht auch mal lang gehen, aber. Okay. Nein, ja. Mein Leben, na ja. Hat mich so gelohnt. Wir gehen mal dahin und kitzeln über die ganzen Ringe. Gibt auch irgendwas. Hui. Okay. Ja, das haben wir gemeistert. Plessy, du bist cool. Okay, das schaffen wir doch mal hier lang. Okay. Nächstes Mal kriege ich dich hier. Oh, nein. Nein, nein, nein. Was ist das für eine Mistkurve? Ich hasse die jetzt schon. Na gut, dann können wir aber immer testen, hä? Komm her. Vielleicht ist Plessy immer zu schnell mit tot. Hm. Oh, komm her. Oh, die Münzen bekommen, ist egal. Tadaa, oh ja. Ich mag Plessy trotz allem. Voll geile Welt hier. Okay. Jetzt mal gehe ich herunter. Wir wissen, was da ist. Braucht kein Leben. Nichts scheinbar, okay. So, da war auch nichts Großartiges. Wir gehen da mal hoch. Ja, da ist er auf dem Leben, okay. Oh, da hätte ich natürlich Speed nehmen können. Nein, gell? Wer braucht schon Speedy? Oh ja, wir nehmen hier. Okay. So, hier sollte ich vielleicht nicht unbedingt... Ah, super. Natürlich habe ich jetzt nicht bekommen, was ich wollte. Na gut. Da oben kommen wir irgendwie lange, oder? Ach, shit. Ja. Ah, man muss schon drauf hüpfen, okay. Ich habe es aber nicht geschafft, drauf zu küpfen. Nein, einen Stern habe ich nicht bekommen. Oh, Plessy kann man sich hier... Nee, du kratzt immer nur geradeaus. Na gut. Das war nicht so erfolgreich. Wenn ich das mal sagen darf. Ah, so. Ja, aber... Eine coole Welt in jedem... In jedem Fall eine coole Welt. Nein! Da will ich trotzdem noch hin. Also, Leute, das... Nein! Wie mies. Ja, geschafft. Ja, super. Aber nicht mehr zu meiner Zufriedenheit. Absolutely not. Darum machen wir weiter. Nochmal. Ja, danke. Plessy ist zwar irgendwie geschafft, aber nur einen Stern bekommen. Hilfe! Schreibe so viel Hilfe, wie du willst. Leute, die taucht schon wieder auf. Das ist mir aber egal. Hat irgendwie keinen Sinn. Slot. Wasser Spaß mit Plessy. Juhu! Komm, 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 mein dir sauberer Krieg. Du, 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 du. Ich hab mich ja hier am Zetter, die Musik. Na gut. Du, 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 du. Vielleicht verwechsel ich auch irgendwas. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Wo ist der andere Sterne denn nur? Kommt her! Aha! Und weiter geht's! Wuh! Platscher! Ja, Blessie, mach Platscher! Sehr effektiv! Aha! Okay. So, auch die Steuhe geschafft. Sehr gut. Stempel bekommen. Geht's da irgendwie hin? Nee. Nein! Schon wieder so dumm. Nein, ich komm da nicht hoch, oder? Komm, ich will aber hoch. Geht aber irgendwie nicht. Nein, da ist schon wieder ein... Aber wo ist der andere Stern? Hilfe! Keine Ahnung, aber egal. Geht so lange durch die Level, bis ich alles habe. Das ist nur... ...diese geirrle Welt hier. Okay. Ist hier irgendwas versteckt? Ja, schreit ruhig. Oh, warte, ich sag dir mal hoch. Warte, ist ja hier irgendwas, seht ihr? Kann ich jetzt einfach ins Wasser springen? Auch nicht. Kann ich zurück. War ja auch zu einfach, he? Na, egal. Komm, 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 komm. Warte, das schaffen wir. Wir müssen mit Vollspeed da rein. Ja. Wui, naja, naja. Vielleicht schaffe ich das doch nur mit Katzenkostüm. Ja, du hast es geschafft. Nicht mal Todi da hinkommt. Warte, Prinzessin Peach wird da hinkommen, ha? Und hier würde ich es golden bekommen. Da, wir haben Plessy bekommen. Danke, Plessy. Du bist bestimmt ein süßer Stempel. Ja, speicher, du Pixel Mario. Von damals. Ja, der erste Mario. So sah er aus. Nein, nicht direkt der erste. Eigentlich der erste vom offiziellen Super Mario-Spiel. Aber bei Donkey Kong sah Mario natürlich alles aus. Okay. Dann machen wir mal. Okay, das schaffen wir diesmal. Locker. So. Nein, wie soll ich den Stempel bekommen? Das erste Mal nicht. Das ist ja eigentlich nicht schwer. Oh. Haha. Gut. Das haben wir geschafft. Oh. Da war aber auch nichts. Das war nichts, was ich weiß. Ui. Ui. Okay. Ja. Mein egal. Plessy, du schaffst es. Ah, hier ist ein Sterner. Wie soll ich da hin? Kommt da einfach. Plessy, wie soll ich da hin? Ich muss noch schneller werden, oder was? Okay, das schaffen wir. Okay, Nummer 1. In Schnelligkeit. Wuhuuu. Wuhuuu. Hopp, hopp. Plessy. Sei schnell. Und begabt. Äh, ja. Sonder. Wir schaffen alles. Oh, ich sollte hilf. Jetzt weiß ich wieso. Na, gell. Komm her. Ja. So. Leben ist immer gut. Ja, wenn wir da hochgehen, haben wir einen schnellen, einen Boost. Hilft vielleicht. Okay, kein Leben bekommen, aber Boost. Höchst aber auch nur kurz, oder? Hm, egal. Wenn ich jetzt etwas schneller bin, wird das schon cool sein. Okay, das hat auch nicht funktioniert. Ähm, ja. Ich hatte mal eine Idee. Drück ja schon nach oben. Dann links. Das ist hier, das ist rechts. Los, wir müssen Speed haben. Aber das war's nicht. So. Egal, ich hole mal kein Leben. So. Da gibt's auch ein Leben. Okay. Jo. Schneller. Mein liebes Geno, Nessie, Miss Sie. Du hast auch nicht umsonst Plessie, ja? Ja, ran an die Boletten. Okay, dann ist vielleicht die Einzige, umgekehrt hier, um den Speed zu behalten. Aber nicht, wenn wir dagegen rast. Ah, geschafft. Woo. Perfekt. Das war ein normaler Stern. Toll. Füllen wir alles. Okay, oder auch nicht. Hui. Wir haben den Stern nicht bekommen. Oh mein Gott. War das schlecht. Äh, auch richtig schlecht. Hm. Ja. Ja. Achttausend, immerhin. Werde besser. Nicht wahr, mein lieber Toad? Wir werden besser. Ja. Ja, du bist der Beste. So cool angezogen wie Aladdin. Ja. Ist das Akrabat-Toad? Das würde erklären, wie so also aussieht. Ist das so ein Aufzug da? Ja, also diesen Anzug eher. Glessy, ich will nicht ändern. Todi ist der Beste. Nichts geht über Todi-Li-Tot. Tod. So, jetzt schaffen wir es aber. Und jetzt sehe ich das Spielding, wenn es sein muss. Vielleicht muss ich davon jeden bekommen. Ja, das könnte vielleicht auch was sein. Probier es einfach mal. Wir gehen durch jeden der grünen Ringe. So. Aber dann muss ich jeden Ring bekommen. Das wäre natürlich ärgerlich. Wir schauen mal, was hier alles ist. Ja, weil dann habe ich jetzt ein paar verpasst. Deswegen. Ich sehe sonst keine grünen Ringe. Äh, keine. Aha. Hier haben wir noch so noch angekommen. So. Boah, da ist hier noch eigentlich ein Versteck irgendwo. Ein unnormaler Stern. So. Äh, ärgerlich. Aber richtig ärgerlich. Tja, habe ich kein Weg gefunden. So. Das schaffen wir locker. Wie Mario Kart. Nein, nein, nein. Okay. Jetzt weiß ich wo. Mein Problem hier hat zumindest. Bestand. Okay, das schaffen wir locker. Nächste Runde habe ich den Stern auf jeden Fall. Ja. Ja. Weiter geht's. Ha. War schlechter, obwohl ich mehr Speed hatte. Okay. Ja. Level bad. Danke. So. Jo. Das haben wir geschafft. Ich weiß. Da, da, da. Da, 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 da. Einzige, was wir bekommen sind, sind jetzt auch nicht mehr ein Leben. Wenn ich jetzt weiter mache. Oh, 10 Sekunden haben wir Zeit, also. Okay. Los. Wieso du dich auch so bereitwillig reiten lässt. Weiß ich zwar nicht, aber ich bedanke mich herzlos dafür. Und wir haben schon wieder ein Demo kommen. Oh nein. So. Ha. Ein Sternchen. Ach, durch jeden Regen kann man gar nicht gehen. Also nur durch jeden Grünen kann man auch nicht gehen, oder? Weil da... Oh, warte. Wenn's doch... Ich bin sicher, man muss jeden Grün erwischen. Anders können wir das nicht vorstellen. Weil deswegen da oben hin muss man den einen erwischen. Und da runter, das wäre eine Möglichkeit. Hm. Der Einzige, der gerade einfällt, um den dritten Stern zu bekommen. Also hoffentlich dann. Oder da ist hinter dem Wasserfall was. Hm. Tada. So. Das werden wir gleich herausfinden. Hier ist auf jeden Fall nix. Tada. Hui. Oh, da wird man aber extrem langsam. Nee. Also das ist auch nicht gut. Man muss springen, aber... Hä? Wie denn? Was muss ich denn machen? Eine Runde können wir immer noch schaffen. Ich weiß das ja absolut nicht. Was ich da machen soll. So. 4.000, wow. Das wird immer schlechter. Nein, eigentlich wird's immer gleich schlechter. Na gut, wir probieren... Man muss springen und dann bei Gleichsein nach hinten drücken, sodass wir direkt auf den Sternen kommen. Wahrscheinlich. Das ist die einzige Erklärung, die ich gerade noch habe. Aber die Welt macht so viel Spaß. Das ist mir voll egal. Ehrlich gesagt. Ich mag solche Welten. Ich mag Mario Kart. Ich würde gerne das neue Mario Kart spielen. Wenn es denn schon released wäre. Nächstes Jahr erst. Aber freut euch. Das werde ich bestimmt auch mitzplayen. Außer Nintendo... ...ist nicht mehr nicht so wohlgesonnen. Oder das... Warum sollten wir hier? Ich bin doch so nett und freundlich. Zack. Okay. Achso, das ist doch Rote, nicht wahr? Das ist dann egal. Also, dann ist das mit dem grünen Quatsch. Ich hab doch hier den grünen Kreis, oder? Hallo, ist da was? Nein? Hier war nix Grünes, soweit ich weiß. Hier ist auch nix. Naja. So, jetzt gehen wir mal den verdächtigen Wasserbrunnen... ...den Wasserweg hier. Haha. Ja, der war nicht umsonst verdächtig. Aha. Okay. So easy, oder? Ja. So kann es gehen. Okay, jetzt müssen wir den noch erwischen. Nein! Das gibt's doch nicht. So knapp. Das ist schwierig. Ehrlich. Aber geil, wir haben es jetzt drauf. Und wir schaffen das. Mach hier mal einen bisschen längeren Part. Ist mir auch egal. Ehrlich. Wir schaffen das. Wir sind die Besten. Los, Toad. Du schaffst das. So. Bam. 10.000. Hab's geschafft. Goldig. Und noch ein Stern bekommen nebenbei. Das war immerhin gut zu wissen. Ja. Hab schon mal erwähnt, dass Rasen toll ist. Diese Welt ist mega imber. Schau da an den Gold noch. Das wird sogar so angezeigt. Okay. Das heißt, ich versuche in jeder Welt auf jeden Fall, die goldene Dings zu bekommen. Oh, fast hatte ich jetzt was gedrückt. Ja. Okay, los. Überall golden alles bekommen und überall alles haben wollen. Gut, dann weiß ich jetzt wenigstens, dass das egal ist. Wir gehen jetzt den Weg, wo man am schnellsten einfach weiterkommt. Jo, wir machen ein kleines Speed-Rash. Oh, aber den können wir noch mitnehmen. Tada. So. Dann geht's nach oben. Ja. So. Das schauen wir auch noch. Und jetzt geht's weiter. Speed-mäßig. Juhu. Tada. Viel Gold für nichts. Okay, da muss man tatsächlich hüpfen. Das wollte ich testen. Ja, ja, ja. Ich weiß. Schnellst mögliche weiterkommen und so weiter. Tut mir echt leid, meine Leute. Ich bin auch der Meister des Testens. Des Offensichtlichen. Ja. Ich teste alles Offensichtliche. Ja, ich weiß. Pain in the ass und so. Pain in the ass und Schmerz in meinen Hintern. Ach, wenn das so direkt heißen würde. Nein, natürlich nicht. Aber egal. Da-da-da. Das wird ja immer reden. Los, meine fischigen Freunde. Lasst mich hüpfen auf euch. Na, ohne Speed-Verlust. Hui. So, weiter geht's. Wir werden hier alles bekommen, was wir wollen. Speedo. Speedo. Jetzt gehen wir hier. Die Offensive. Wir töten aber ein paar Fische, weil sie es verdient haben. Nein. Ich hab... Das gibt's noch nicht. So langsam... Kann ich in... Nee. Man kann mich nochmal neu machen, die Welt. Naja. Hoffentlich verändert das jetzt nicht die Fahne, aber auch testenswert. Okay. Ein Versuch mach ich noch. Dann mach ich das irgendwo offline. Wow. Das war voll geschickt. Geil. Das wird alles so... Dadurch... Aufge... Wird ihr das gedacht? Ich nicht. Ehrlich nicht. Dadurch kann man auch Geheimnisse aufdecken, wie's aussieht. Okay. Ich hab immer... Wir lernen immer was Neues, oder? Ja, wieder 10.000. Bam. Wollte ich nicht sagen, dass es eigentlich testenswert ist. Äh... Egal. So, dass die Flaggen sich immer überschreiben, quasi. Das hab ich gern getestet. Und ich seh, ich werd's doch offline einfach machen. Den letzten Stern. Und wir wissen ja, wo der ist. Weil der Part geht jetzt schon ne Weile. Und ich werde ihn deswegen lernen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir treffen uns morgen. Und wir treffen uns beim nächsten Part. Und zwar hier. Und werden schauen, was das bedeuten soll. Also, bis dahin alles Gute. Viel Spaß. Und ciao.